Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist es Reiter und wir sind in Folge 192 von Amorion. Ja, mir fehlt noch ein Teil und das braucht zwei Streifen und recherchiert habe ich auch. Und der sagt schon, Thomas Steele hat auch geschrieben, dann mal viel Spaß beim ordentlichen Forschen, weil das müssen wir in der Forschungsstation machen. Wir müssen drei legendäre Teile da irgendwie reinschmeißen, um dann das entsprechende Artefakt zu bekommen. Okay, dann würde ich sagen, müssen wir jetzt schauen, dass wir da dran kommen, dass wir hier Teile haben, die wir dann aufleveln bis hoch zu dem entscheidenden Teil. Dann würde ich sagen, gucken wir mal, dass wir Ausflussungsdrucks anlaufen und ganz viele Klamotten kaufen und ja, dann müssen wir so da hinkommen. Dann würde ich sagen, bis gleich. So, dann können wir gleich hier anfangen, egal wo wir ja sind. Spielt ja eigentlich gar keine Rolle, wo das ist. Wir müssen nur Forschungsdrucks, äh, Ausrüstungsdrucks haben, weil da müssen wir einkaufen gehen, denke ich mal. Vielleicht zum Zentrum sind die Sachen dann höherwertig oder so, weiß ich nicht. Äh, aber wir gehen erstmal hier gucken. So, Hightech-Handels-SYP-System, Schützturm-Kontrollsystem. Irgendwie da drei legendäre Klamotten müssen da rein. Defense Point Laser, warte mal, lass uns mal gerade überlegen. Ne, da war falsch, I ist richtig so, hier. Die sind legendär. Was ist denn unter Material? Ne, Material nicht, Typ müssen wir haben, ne, oder? Was ist das jetzt? Ne, Typ ist da jetzt nicht ausgewählt. Was war so? Seltenheit, so. Exotische und außergewöhnliche Sachen sind das, okay. Ja, das müssten wir jetzt mal gucken, dass wir die da reinschmeißen, ne? Da hätten wir schon vier, fünf Stück, dann würden wir einen kriegen, aber, äh, nein, das würde ich jetzt nicht so wollen. Hightech-Handels-SYP-System, weißt du was, wir fliegen erstmal zu dem anderen Ausrüstungs-Dock. Ne, das war auch wieder falsch. Erstmal gucken, wo es markiert ist, dort. Dann fliegen wir da mal gerade hin, ach, ist gar nicht so weit weg. Einmal docken und dann ein bisschen was einkaufen, ne? So, was war das? Wir sind eigentlich, Spritkwetter wurde bezahlt, okay. Okay, da haben wir erstmal wieder was gerammt hier. Ja, wir können die verschieben, ne, wie wir sehen, aber... Aber wir sind schon gedockt. Guten Tag, alles klar. Kaufen. Gekauft. Und jetzt geht die Reise weiter zum nächsten, ne? Da ist auch ein Ausrüstungs-Dock, fliegen wir da hin. Oder springen wir da hin? Wo ist das Sprungziel? Wo ist das Sprungziel? Okay, ich glaube die Stationen räumen wir mal nicht. Und jetzt kriegen wir das ja auch so hin. Ja, haben wir gekriegt zum Glück. Auf zum nächsten Ausrüstungs-Dock. Müssten allerdings mehr Exotische kaufen können, ne? Und nicht nur Außergewöhnliche. Aber wahrscheinlich gar keine andere Wahl. Wo ist das? Da oben. Aha. Auf geht die Reise da hin. Näher ins Ausrüstungs-Dock und dann weitere Klamotten kaufen. Ich denke mal, die Klamotten werden wir näher da haben, ne? Lady 2 wurde bezahlt. Okay. 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 Ich glaube, der hält an, ne? So, da haben wir nix. Hier ist was Außergewöhnliches zweimal. Das nehmen wir. Und dann weiter. So, vielleicht auf der Karte gucken, wo weiter ist, ne? Ja. Antigraf. Schmukhersteller. Nee, das ist alles nicht das, was wir wollen, ne? Ja. Ja, nützt nix. Können wir einfach so machen, ne? Dann mal Koordinaten eingeben. Karte verlassen. Ziel auswählen und los geht's. Auf zum nächsten Ausrüstungs-Dock, oder? Ausrüstungs-Dock auswählen. Das ist da. Einfach da mal hingeflogen, oder? 9, 8, Freigab zum Anlocken, weil der Sorgs nach eigenem Ermessen. Sehr schön. Das war knapp, ne? Ich glaub' mal so reicht's, oder? Das war jetzt nicht so prickelnd, aber ich glaub' wir haben noch nicht mal Strafpunkte gesehen, oder? Ja, hier sind nur blaue Sachen, hier auch. Das bringt uns nie weiter dann. Selten, das ist zu wenig eigentlich, oder? Höchstens werden ganz viele Sachen davon da. Ja. Da haben wir eins. Müssen wir zwar zweimal springen, aber ist halt so. Einmal Kurve drehen und dahin fliegen. Erster Sprung, und da der zweite Sprung. Abgekühlt und aufgeladen. Weiter geht's. Auch gesprungen. Und F, ne, F nicht, N drückt. Und dann Ausrüstungsdruck auswählen. Und... Escape. Ne, doch. Da ist das Ausrüstungsdruck ein bisschen näher geflogen. Asteroidenschlag auf der Frontscheibe. Wer beheben das für Sie? Alles klar. Raumschiffglas ist die Firma, die das macht. Gedockt. Ausrüstung handeln. Den da reingeschmissen dann. Und den da auch. Gibt's hier eine Forschung? Tatsächlich. Dann würde ich mal sagen, verlegen wir jetzt noch die Forschungsstation gerade an. Die ist weit weg, aber da können wir das erste machen und gucken, dass wir was rauskriegen. Wenigstens exotisch dann, oder? Und ich glaube, es ist doch total egal, was da da reinschmeißen. Ob das wird legendär, oder? So habe ich das auf jeden Fall verstanden, was ich da gelesen habe. Vielleicht weiß Thomas Steele mehr, dann kann er das nochmal schreiben. Gedockt. Forschen. Sortiert nach Seltenheit. Das sind doch alle schon solche Klamotten, das müsste doch dann sowieso klappen, oder? Aber die kann ich da nicht reinstecken, ne? Fraktionstorkarten, oder? Batteriebooster. Kommt da jetzt rein. Energie zu Schildumwandler kommt da rein. Also ein paar Sachen, packe ich da Raum, Raum über Lader. Dann würde ich das eine oder andere ja doch lieber nicht da reinstecken. Ja, okay. Das ist ein OG-Bergbausystem, Oberritt. Schnapp sie dir alle. Traktorstrahl-Upgrade. Okay, noch ein Traktorstrahl-Upgrade. Wert ist das nix, ne? Komm, weiß ich was, ich schmeiß das da rein. Forscher, und dann haben wir das erste Teil hier. Und Traktorstrahl-Upgrade haben wir sogar gekriegt. Sehr schön. So. Rein. Auch rein. Komm, den Scanner-Booster schmeiße ich da jetzt auch rein. Das Bergbausystem auch. Und das auch, und jetzt forschen wir das. Zack. Merkbausystem. So, und jetzt gibt es noch eine Waffe. Die da rein. Dringende Lieferung. Mission anpinnen. Die nicht. Die auch nicht. Die schon eher. Die nicht. Und die Wummen sind ja schon mal gar nicht so schlecht, ne? Die da rein. Die da rein. Die dann auch entforschen. Und jetzt schmeiße ich die drei da rein. Geht der da auch rein? Und der würde auch reingehen. Aber den machen wir da nicht rein. Brecht das mal ab. Also den da rein. Und den da rein. Und den da rein. So, da sind ja die coolen Waffen, ne? Das geht ja nicht, ne? Oh doch, das wird sogar gehen. Was macht er denn mit Fraktionskarten? Das würde auch gehen. Komm, ich schmeiß mal rein und forschen. Nee, geht mir keine Forschung. So, das bedeutet, wir müssen auch da was reintun, was... Ja, weiß ich nicht. Ich meine da standen, man muss nur drei reintun und kriegt dann das Passende. Achso, wir sind zwei Stufen auseinander, deswegen geht das nicht. Das heißt, wir müssen Klamotten wieder kaufen. Würde ich jetzt sagen, machen wir erst einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Ahnung habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wenn ihr das nächste Video hochladet. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf den anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns. Bis dann. Achso, was ich noch sagen wollte, dann müssen wir dann beim nächsten Mal die Außergewöhnlichen zu den... Also diese Gelb-Orangen... Nee, Orangen sind es auf diese Roten machen sozusagen, ne? Machen wir dann. Ciao.